Willkommen zu einem neuen Run von Isaac. Ja, der Keeper. Der Keeper macht mich verrückt. Es funktioniert nichts mit dem Keeper. Einen Run hatte ich probiert. War sehr vielversprechend. Hatte ich Polyphymus. Habe ich später noch 2020 bekommen. Hatte Tears Ups bekommen. Hatte im Endeffekt einen Angriff von 8, noch was. Und eine Feuerrate von 3, noch was. War super gut. Aber hatte leider nur noch ein Herz und bin gestorben. Ja, und die anderen Runs die ich probiert habe. Die sind direkt am Anfang. Oh, Rotten Baby. Die sind direkt am Anfang. Da bin ich direkt verreckt. Macht mir langsam keinen Spaß mehr der Kollege. Ist ja nicht so, als hätte er mir schon irgendwie mal Spaß gemacht. Ist einfach nur nervig. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sollte vielleicht reichen, dass ich im Sack Room ein bisschen spielen kann. Können wir vielleicht, wenn ich mich gut anstelle... Wie gesagt, wenn ich mich gut anstelle, können wir vielleicht jetzt hier gleich direkt die Key Pieces mitnehmen. Wäre halt gar nicht so schlecht. Rotten Baby sollte uns ein bisschen helfen mit dem Damage. Okay, ich bin tot. Oh mein fucking Gott. Knapp. Hoffen wir mal, dass der Kampf gegen Gabriel besser wird. Uriel? Gabriel? Gabriel? Gabriel. Ich meine, wir haben unglaublich viele Fliegen jetzt, ne? Ja. Die sollten auch guten Damage bei dem Kollegen machen. Damage ist gut gewesen. Er ist halb tot. Nice. Okay. Hätten wir das schon mal. Sind wir mega Satan auf jeden Fall schon mal einen Schritt näher gekommen. Das ist alles nicht so das, was ich will. Das könnte uns vielleicht in manchen Situationen hilfreich sein. Schauen wir mal. Das nehmen wir noch mit. Und weiter geht's. Okay, jetzt bloß nicht irgendeinen Unsinn machen. Ich muss mich nicht beeilen. Wenn wir Boss Rush nicht erreichen, ist das nicht schlimm. Hauptsache, wir können irgendwas abschließen. Und wenn es wirklich gut läuft und wir mega Satan mitnehmen können, dann wäre das schon genug für mich. So, Goldraum. Fast Bombs. Au. Dankeschön. Interessant. Würde ich ja eigentlich gerne irgendwie looten, aber... Ich habe die Befürchtung, dass ich zu sehr getroffen werde. A Rotten Baby? Ah, jetzt fängst du langsam an. Okay. Ich wollte schon sagen... Shit. Oh nein, es ist die schwarze Widow. Oh yes, ein Tears Up. Tears Up ist natürlich immer gut bei dem Charakter. Okay. Hat mir wenigstens ein bisschen Geld gebracht. Bin ich gar... Oh shit. Bombe falsch platziert. Oh Rotten Baby, wo greifst du denn an? Der Gegner steht direkt vor uns. Und du bist der Meinung, dass du diese komischen Batlikera da angreifen musst. Okay. Sprengen wir einfach mal. Nehmen die Bibel auch mit. Damit können wir uns... ...den Kampf gegen Mom und so ein bisschen erleichtern. Ich meine, warum nicht? Nice. Bombback. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Ich denke mal hier links. Nice. Warte, da komme ich doch sogar dran. Okay. Das ist doch gar nicht so verkehrt. Oh mein Gott. Und dann kriege ich sogar noch Leben dafür, dass ich so scheiße bin. Okay. Okay. Holy Mantle, danke schön. Okay, der Run fängt an, sich ins Gute zu entwickeln. Hoffen wir einfach mal, dass er so gut bleibt. Jetzt könnte langsam echt mal so einfach so ein bisschen die Stat-Ups kommen. Damage ab, noch mal Tears ab und sowas. Aber Holy Mantle wird so hilfreich sein. Holy Mantle wird so hilfreich sein. Ist ein Tiers ab, auch wenn es nur ein kleines ist. Wenn da ab und zu mal die Rasierklingen kommen, ist auch okay. Vielleicht können wir unser Lack ja noch ein bisschen erhöhen. Nice. Bomben mitnehmen. Okay. So, was haben wir hier? Die wären doch sicherlich zu Skeletten. Ja, es war so klar. Okay, ich fange jetzt nicht an, den Run zu sehr zu loben. Weil sonst wird alles wieder nur schrecklich. Aber, sehr gefällt mir, was ich sehe. Oh shit. Okay, solide gemeistert. Und der gute Chubby. Hier, frisst eine Bombe. Nice. Und wir kriegen sogar noch ein Angel-Deal. Circle of Protection. Warum nicht? Ach du Scheiße. Okay, hier will ich, glaube ich, fliegen können. Damit ich besser ausweichen kann. Jetzt muss ich aufpassen, dass die nicht in mir rein spawnen. Okay. Speed down. Ah, ist nicht so schlimm. Oh yes. 25 Cent. Oh. Oh, Host Head. Oh. Jetzt müssen wir eigentlich mal den Shop aufsuchen. Weil der Shop könnte jetzt sehr interessant für uns sein. So viel Geld, wie wir haben. Und da hat der Host Head schon geregelt. Gut. So. Spiel. Wo ist der Shop? Da ist der Shop. Direkt neben dem Boss. Wir nehmen den Schlüssel mal mit. Schlüssel kann man immer gut gebrauchen. Komm, töte ihn. Nice. Und ein Tears Up. Oh yes, die Feuerrate wird langsam richtig gut. Ja, vielleicht schaffen wir es zum Boss Rush und vielleicht schaffen wir den Boss Rush sogar. Ich bin da sehr positiv. Positiv, also... Es ist ja echt kein schlechter Run bisher. Nicht so wie die anderen Runs, die ich mit dem Kollegen hier hatte. Okay, da muss ich auf jeden Fall dran denken. Da ist eine fucking Bombe in dem Raum. Nice. Ist okay. Okay, weiß ich nicht, ob er mir was bringt, ob er mein Leben auffüllen kann. Ich glaube mal nicht, aber ist okay. Komm, wir sind doch auf dem Weg zum Bossraum, oder? Oder... Komm schon. 17. Wenn nicht noch mehr so Bullshit-Räume kommen, können wir das sogar schaffen. Und die Rede war von Bullshit-Räumen. Und dann kommt soweit. Wir gucken da mal eben rein. Ja, wir nehmen den mit. So. 9 Inch Nails. Das nehmen wir auf jeden Fall nicht. Ich muss 0,3 Damage. Erhöht unseren Damage ein bisschen, deshalb... Also... Damage brauchen wir nämlich jetzt mal langsam. Komm. Okay. Carrying green. Komm her. Nice. Oh, ich glaub, ich glaub, das kriegen wir hin. Wenn ich mich jetzt nicht total dumm anstelle und nur noch getroffen werde von den Gegnern, dann sollte das... Aua. Okay, soviel dazu. Aber wir haben ja noch das Leben. Also selbst wenn wir hier sterben, werden wir den Run wahrscheinlich weitermachen können. Was ich gut finde. Obwohl der Damage halt echt nicht schlecht ist, ne? wir haben es mal entfernt. Oh, mein. Oh nein. Piep. Piep. Bloat. Keine Ahnung. Okay, 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 okay. So, die kleinen Dreckskelette weg. Oh, Monstro 2. Gefährlich. Okay, der kleine Drecksack, der kleine Bloodsucker da, der lädt meine Leben wieder auf, wenn der Gegner tötet. Was mega praktisch eigentlich ist. Komm, töte, töte. Lad meine Leben auf. Shit. Shit. Okay, nice. Ja, der ist gefährlich. Der ist tot. Schön auf Range bleiben. Ich muss nicht mega nah da dran. Okay, der wird mich töten. Okay, okay, okay. Nice. Jetzt noch die blöde Maske. Ja, da muss ich vorsichtig sein. Nein, der kann nämlich auch so Brimstone. Willst du vielleicht hier... Ja. Okay, ich habe Leben bekommen. Ich habe Leben dazu bekommen. Okay. Wo ist er? Okay, ihr könnt eigentlich nichts gegen mich machen. Okay, ihr könnt eigentlich nichts gegen mich machen. Yes. Oh mein Gott. Wir haben den Boss-Fash geschafft. Nice. Das ist halt wirklich nice. Okay, weg. bad gas. Okay. Wollen wir mal schauen, wie der Run weiterläuft. Wir haben jetzt die Sticky Pennies freigeschaltet. Das sind Pennies, die am Boden kleben und die man nur mit einer Bombe mitnehmen kann, indem man die vom Boden wegsprengt. Also nicht wirklich der heiße Scheiß, aber wir haben was freigeschaltet. Wir haben was mit Keeper geschafft. Das freut mich. Nice. Das haben wir hier. Münzen. Ganz viele Münzen. Okay. Luckstat erhöht ist auch okay. Okay, das ist nicht der Weg zum Boss. Lass mich durch. Ich bräuchte noch ein paar Schlüssel. Das wäre eigentlich ganz nett. Wenn ich noch ein paar Schlüssel bekommen würde. Die ich nicht kriege. So, dann sind wir wenigstens vor den Spikes sicher. Genau vor denen. Damage ab. Conjoint. 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 Okay. Vier Minuten für die Ebene. Und dann könnte man eigentlich Richtung Hasch gehen. Weiß ich zwar nicht, ob ich das will, aber ich will mir die Option auf jeden Fall offen halten. Weil eigentlich fühle ich mich recht stark. Ich weiß nicht, ob es Hasch stark ist. Aber ich fühle mich stark. Ach, und Holy Mantle ist halt so göttlich. Holy Mantle rettet mir, glaube ich, so ein bisschen den Arsch in dem Run. Okay, eventuell will ich doch zu Hasch, wenn ich es hinkriege. Wir haben verdammt viele Schlüssel. Wir haben gut was an Geld. Wir können da noch ein paar coole Sachen dann mitnehmen bei Haschiboy. Ich muss nur zum Bosskampf jetzt ganz schnell kommen. Und den Bosskampf können wir ja zum Glück schnell beenden. Das ist ja nicht das Problem. Ich muss nur den Bossraum finden. Und ich finde ihn nicht. Ich finde den Bossraum nicht. Haben wir es geschafft? Yes. Okay, da war nur der Shit. Abzuhaschen. Ich fühle mich gut. Das könnte klappen. Poison Tears. Das ist natürlich alles scheiße jetzt hier. Was haben wir hier? Okay, gucken wir gleich nochmal rein. Gib mir bitte noch ein Crawl Space. Und auch kein Crawl Space. Super. Also. Sun. So eine komische Slot Machine. Okay. Wir nehmen das mit. Okay. Also ich habe einmal. Ich kann. Wenn der Holy Mantle weg ist, kann ich zweimal getroffen werden. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Okay. Okay, da ist der Holy Mantle schon mal dahin. So. Jetzt darf ich zweimal getroffen werden. Danach muss ich die Sun Card aktivieren. Damit ich wieder volle Leben habe. Und vielleicht hilft der Blutsauger auch ab und zu mal, dass ich Leben kriege. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich fühle mich hier gerade gar nicht sicher. Kann ich hier stehen? Nein. Ich wurde bisher nur einmal getroffen, oder? Seit der Holy Mantle weg ist. Okay. 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 Kann ich hier stehen? Die kleine Blutsauger greift auch nicht an. Okay. Okay. Yes Yes Oh mein fucking Gott Let's go Boah, jetzt müsste ich eigentlich zu Delirium, ne? Ja, komm Komm, wir müssen jetzt eigentlich zu Delirium gehen Scheiß auf Mega-Satan, machen wir beim nächsten Mal Jetzt müssen wir Delirium machen Nice Alter, könnt ihr bitte aufhören damit? Ist ja total irritierend Damage ab Hoffentlich kriege ich hier noch eine Karte, mit der ich mich aus dem Raum raus teleportieren kann Das wäre halt wirklich gut Damit ich jetzt alles hier absuchen kann Jedes Boss-Item und so noch mitnehmen kann Damit wir richtig schön stark für Delirium werden Yo, cheers up Nice Die Pennies lasse ich erstmal liegen Vielleicht brauche ich die später nochmal Ich brauche eine Teleportations-Karte oder sowas Okay, ich habe nicht gesehen, was noch gelebt hat Boah, es fällt mir gerade wie so ein Stein von der Brust Und vom Herzen Endlich mal was Gutes mit dem Keeper geschafft Es freut mich einfach gerade so sehr Vielleicht können Keeper und ich doch noch Freunde werden Aber nur vielleicht Komm, da ist eine Teleportations-Karte drin Ja, Schlüssel ist okay Aber nicht das, was ich will Da ist auch noch ein Boss Ach, da ist noch eine Fliege Also bisher scheint es ja keine riesige Delirium-Ebene zu sein Bin ich auch irgendwie ein bisschen froh drüber Okay, da ist auch wieder ein Boss-Raum Ach, komm schon Notfalls müssen wir gleich abzählen Es ist ja immer 12 oder 13 In der Höhe und in der Breite ist eine Ebene Und damit kann man dann so ein bisschen abschätzen Wo Delirium sein wird Weil Delirium hat ja so einen riesigen Boss-Raum Und an manchen An manchen Ecken kann er dann halt gar nicht sein Weil es dann von der Ebenengröße gar nicht passt Notfalls müssen wir das gleich so machen Wenn ich nichts zum Teleportieren finde Aber wir haben ja noch gut was hier zum Erforschen Und vielleicht kriegen wir ja noch eine Karte Wäre natürlich Das wäre dann natürlich Um einiges besser, wenn wir noch eine Karte finden Yes Small Rock Oder sowas, okay Was kannst du mir geben? Was droppst du? Okay Das war nicht wirklich Nicht wirklich hilfreich Zum Glück habe ich Holy Mantle Ich will wissen, was in der Kiste ist Ja, ist nicht schlimm Kleines Tearstone Das ist nicht schlimm Okay, Two of Hearts könnte aber hilfreich sein Im Bosskampf Ich will in dem kleinen Sack spielen Komm, zahl aus Zahl mir irgendwas Gutes aus Komm schon Okay War jetzt nichts Gutes Aber der hat relativ schnell ausgezahlt Platzsacker Bring ihn rum Dankeschön So Wo gehen wir jetzt lang Ach du Scheiße Auch nichts drinnen Das bringt mir doch alles nichts Okay Interessanter Raum Einfach mal einen Raum vollgepackt mit Bossen Zählt das als Red Hearts Container Ja, es zählt als Red Heart Container Fuck Ich meine So können wir jetzt auch herausfinden Wo Delirium ist und wo nicht Ist natürlich scheiße Dass ich jetzt so wenig Leben habe Aber vielleicht kriegen wir ja noch Ein HP ab Ist ja nicht so Ist ja nicht so selten Dass man vielleicht von so einem Bosskampf Ein HP abkriegt Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen Bullshit Okay Ein HP ab Okay, wir gehen jetzt erstmal Ich muss die Karte mal eben so lassen Damit ich mich hier so ein bisschen orientieren kann Aber wir gehen jetzt erstmal hier rüber So, dann laufen wir jetzt hier runter Und gucken uns mal an Wer das da unten ist Ist okay Nope Jedes Mal Ich schätze mal Delirium wird Der zweite von links sein Also oben da Also Ich schätze mal Hier wird Delirium sein Hier könnte auch Also einer von den beiden Der wird wahrscheinlich safe Ein anderer Boss sein Aber hier Da wird irgendwo Delirium sein Und ja Ich habe einen Mauszeiger Der aussieht wie Isaac Ist das nicht schön So, wir gucken mal Ansonsten Yo Ich meine Wir können es versuchen Ich werde aber die Karte Noch nicht benutzen Weil eigentlich ist der Plan Sterben lassen Und dann die anderen beiden Bosse machen Um da vielleicht noch ein paar Schöne Sachen mitzunehmen Aber vielleicht schaffen wir Delirium ja auch so Wer weiß Auch wenn es gerade Die Bullet Hölle ist Das ist ja erschrecklich Der Nose Goblin bringt glaube ich Nicht wirklich was Weil der sich immer so oft Teleportiert und verwandelt Die Scheiße kann ja gar nicht An dem hängen bleiben Und ich merke gerade Dass wir so wenig Damage Gegen den machen Ja gut Wenn ich jetzt sterbe Ist nicht schlimm Komm Okay Also wir wissen auf jeden Fall Da ist Delirium Wir haben noch neun Leben Wir können es noch Oft genug probieren Hoffen wir mal Dass wir Irgendwelche geilen Sachen Noch von den anderen Beiden Bossen kriegen Bitte irgendwas Gutes Gib mir irgendwas Gutes Komm schon Irgendwas was mir im Kampf Hilfen wird Drop mir Psi Fly Komm Drop du mir wenigstens Irgendwas cooles Seid nicht so scheiß Bosse Okay Bring mir natürlich irgendwie gar nichts Hier will ich nochmal hin Drop was schönes Bitte Na der wird mir auch nichts droppen Was mir helfen wird Oh weißt du was Wir machen das so Komm schon Zahl doch aus Wie auch 1 1 2 3 1 2 2 Der zahlt einfach nicht aus. Okay, wo habe ich noch Münzen? Ey, ich will alles mögliche probieren, ne? Was ist, wenn der mir jetzt... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mir helfen sollte im Kampf. Eigentlich sind wir für den Kampf ja schon gut aufgestellt. Aber jetzt droppt der mir vielleicht irgendein geiles Item noch. Was mir in dem Kampf unglaublich viel helfen wird. Ich hoffe es einfach. Ich hoffe einfach, dass da gleich noch irgendwas Gutes bei rumkommt. So, ich muss mir auf jeden Fall eine Münze aufheben. Damit ich mit vollem Leben bei Delirium rein kann. Dieser kleine Drecksack. Zockt mir alle meine Münzen. Aber gibt mir nichts. Oh, Magic Mushroom. Oh, Powerpill. Damit können wir auch nochmal ein bisschen an dem spielen. Ich muss nur dran denken, mir die Karte wieder zu holen. Die ist wichtig. Ich muss nur dran denken, mir die Karte wieder zu holen. Yes. Okay. Wenigstens ein HP Up dazu bekommen. Das kann schon ungemein hilfreich sein. Jetzt holen wir uns da oben noch die Münze ab. Damit wir mit vollem Leben da reingehen können. Und dann... Haben wir neun Versuche, den zu killen. Dann schauen wir mal, ob wir es in den neuen Versuchen hinkriegen. Boah, hoffentlich habe ich nicht gleich diesen Effekt, dass der Kampf schneller ist. Boah, das wäre richtig ätzend. Gute Stunde jetzt gleich schon im Run. Cool. Dann wollen wir mal. Komm schon, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ist der jetzt den ganzen Kampf so verlangsamt, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. No. Da geht unser schöner Holy Mantle auch schon dahin. Holy shit. Komm schon, Spiel. Lass mich Delirium killen. Ich bitte dich. Lass mich Delirium killen. Hälfte haben wir jetzt gleich schon. Oh mein fucking Gott. Oh mein Gott, ist das... Nein. Nein. Er ist halt so abgefuckt, weil alles so beschleunigt ist. Er... ... Das war's für heute. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt kommen die Stacheln aus dem Boden und dann bin ich tot. Ah, fuck! Ja, ist vorbei. Krieg ich doch nie im Leben hin. Und da geht der Holy Mantle schon dahin. Komm schon. Okay, nächster Versuch. Weltgut, wenn ich Holy Mantle so lange wie möglich behalten könnte. Okay, soviel dazu. Oh mein fucking Gott. Wo ist er hin? Und da ist der Holy Mantle schon wieder hin. Vielleicht glaub ich's nicht. Ich hab noch ein HP ab irgendwo liegen. Fällt mir gerade mal so ein. Puh. Ja, tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel rede. aber intens. Oh, fuck. Da kommt so ein Scheiß. Ich habe doch irgendwo noch eine Pille liegen, die mir ein HP abgibt. So, da oben haben wir sogar noch eine Münze. Ja, da hätten wir sogar noch eine Münze, aber das bringt mir ja nichts. Noch eine HP-Abfille habe ich hier nirgendwo. Ach, ärgerlich. Es wäre halt so schön, wenn ich Delirium jetzt auch noch mitnehmen könnte. Wo ist er? Wo ist er? Das ist halt auch immer das Schlimmste. Wenn er sich in einen Boss verwandelt, der einfach irgendwie aus dem Boden kommt. Und da geht der Holy Mantle hin. Super. Dass dieser kleine Blutsauger aber auch nichts macht. Der soll mal angreifen, der Sack. Jo, während er seinen Engelslaser da macht, beamt er sich einfach durch die Gegend. Alles klar. Das ist natürlich fair. Aber wenn er da oben gegen den Kackerhaufen ein bisschen öfter laufen würde und sich dadurch schön Damage macht, das wäre halt richtig gut. Ich muss in Bewegung bleiben. Ich muss immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Ich darf nicht einfach irgendwie stehen bleiben. Okay, ich bin so gut wie tot. Ach, fuck. Ey, und dann teleportiert er sich genau in meinen Laufweg. Das ist doch Bullshit. Das ist doch so ein Bullshit. Weißt du, ich würde es ja verstehen, wenn ich von den Tränen getroffen werde oder irgendwas anderes. Aber wenn er sich teleportiert und dann dahin teleportiert, wo ich hinlaufe, das ist doch dumm. Das ist doch wirklich dumm. Da kann ich doch noch nicht mal was für. Ja, ich bewege mich hier durch die Gegend und der sagt sich, ach was, du läufst da gerade nach rechts. Ja, okay. Dann teleportiere ich mich da einfach hin, damit du Schaden kriegst. Ey. Das ist doch dumm. Dummer Boss. Dummer, dummer, blöder Boss. Dummer, dumm. Dummer. Ach, fick dich doch. Fick dich einfach ins Knie. Fick dich einfach ins Knie. In meiner Fresse. Holy shit ey. Okay. 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 Oh, 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 oh. Mann! Ehrlich, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch ehrlich nicht wahr sein. Wer hat eigentlich diesen roten Scheißhaufen ge... Ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder tot. Aber ich bräuchte mehr von diesen roten Scheißhaufen in der Arena. Da nimmt der gut Damage dran. Fuck! Ich weiß halt auch nie, wo er auftaucht. Das ist so eine dumme Scheiße. So, wo ist er denn jetzt? Ah, da. Ja, und da spawnt er sich dann auch wieder in meinen Fluchtweg rein. Ich bin schon wieder in meinen Fluchtweg. Komm schon, komm schon, komm schon. Das ist voll der Boss-Warsch auf Kokain oder so. Die ganzen Bosse kommen hier. Total am Abdrehen. Ja, jetzt spawnt eh irgend so ein Scheißauge, was mich killt, oder? Ey, oder ein Engel einfach. Mitten in meinem Weg. Ach, leg mich doch. Okay, warte. Letzter Versuch. So, einen Schluck getrunken. Und jetzt versuchen wir es. Mir bleibt ja nichts anderes übrig, außer zu schießen und einfach gut auszuweichen. Ich habe keine anderen Möglichkeiten. Ich kann ab und zu mal eine Bombe reinschicken, aber das bringt es halt auch nicht. Und das meine ich. Er teleportiert sich, steht hinter dir. Und dann... Weißt du, du bist gerade am Ausweichen. Du läufst gerade weg vor ihm und läufst dann im Prinzip in ihn rein, weil er sich zu dir teleportiert. Hey. Das ist doch nicht fair. Boah, wie gern ich es einfach noch weiter probieren würde, ne? Wenn ich so, keine Ahnung, 50 Leben hätte. Und einfach, einfach weiter probieren. Scheiße, ist halt nicht unschaffbar. Scheiße, ist halt nicht unschaffbar. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Jetzt ist er wieder so ein Kackwurm gewesen. Fuck! Ah, okay. War ein guter Versuch. Am wenigstens Boss Rush und Hush mitgenommen mit dem... Jetzt sollte der... Nee, stimmt. Ich muss... Ich muss Mega-Satan machen, damit er den Penny hält. Aber gut. Leute, das war schon... War schon mal ein guter Run. Delirium sollte halt nicht sein. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut in den nächsten Part auf jeden Fall auch wieder mit rein. Habt einen wunderschönen Tag. Und ich sag mal... Bye, bye. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020